Beim Krisentreffen zum Ausstieg von Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus dem königlichen Pflichtprogramm hat die Queen offenbar Verständnis für die Entscheidung ihres Enkels gezeigt. In der offiziellen Mitteilung heißt es, obwohl es uns lieber gewesen wäre, wenn sie Vollzeitmitglieder der königlichen Familie blieben, respektieren und verstehen wir ihren Wunsch, ein unabhängigeres Familienleben zu führen. Neben den als konstruktiv bezeichneten Gesprächen bei der Queen veröffentlichten die Brüder William und Harry eine Verlautbarung. Sie widersprachen Presseberichten, die davon ausgegangen waren, dass auch Differenzen zwischen den Brüdern den Wegzug von Harry und Meghan nach Kanada ausgelöst hätten.